Servus ihr Lieben, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und heiße euch recht herzlich willkommen hier wieder zurück zu einer neuen Folge von Great Lake. Wir sind wieder hier in unserer wundervollen amerikanischen Stadt und machen heute ein wenig weiter. Wir werden uns heute so ein bisschen um den Bereich kümmern, den wir auch in der letzten Folge so begonnen haben, mit der kleinen Ortschaft. Was ja dann zu einer neuen Stadt werden soll, wo man dann sagen könnte, okay die gehört zu unserer bisherigen Stadt oder es ist eine eigene Stadt. Das müssen wir nochmal schauen. Da haben wir auf jeden Fall mit dem Gelände noch so ein paar Probleme. Da möchte ich mich mal heute ein bisschen drum kümmern, dass wir diese steile Wand, dass wir das mal irgendwie gut hinbekommen, sodass wir da einfach auch optisch was Schönes auf die Beine stellen. Ja, das ist für heute so ein bisschen der Plan und es wäre sehr, sehr lieb von euch, wenn ihr hier natürlich für dieses Video eine Bewertung da lassen würdet und das nicht vergesst. Und natürlich könnt ihr auch gerne den Kanal hier kostenlos abonnieren, um keine Videos mehr hier zu CitySkylines 2 zu verpassen. Liebe Leute, ich würde sagen, an dieser Stelle legen wir auf jeden Fall direkt los. Ja, hier in diesem Bereich dieser Seite, da haben wir ja das große Problem, dass wir hier diese Steinwand noch haben und das müssen wir irgendwie, vielleicht so wie auf der anderen Seite, einigermaßen umbauen, damit das halt schön aussieht. Ja, sonst sieht das nämlich so aus und das ist halt einfach nicht wirklich toll. Ich würde gerne hingehen und würde hier vielleicht erstmal mit den Gleisen versuchen, hier nach oben zu gehen, um hier nochmal irgendwo einen Bahnhof hinzubauen. Heißt, an dieser Stelle gehen die Gleise nochmal rückwärts. Gehen hier dann eben so nach oben, das können wir mal versuchen. Kriegen wir hier nämlich ein bisschen Geländebearbeitung nochmal bis hier weiter. Wenn wir mal überlegen, dass wir hier vielleicht einen Bahnhof hinmachen, wird es halt schwierig, wenn es hier dann so nach unten geht. Das ist immer so ein ganz, ganz schwieriger Punkt. Aber da müssen wir mal gucken, wie das eben dann rauskommt, weil da ist dann irgendwo Luftverschmutzung. Ich möchte den Bahnhof gerne für die Wohnhäuser noch dazu machen. Na, das geht nicht ganz weg hier, das Wasser. Na, schlecht. Das ist sehr, sehr schlecht. Okay, da müssen wir dann schauen, dass wir das hier wieder vielleicht etwas nochmal vom Gelände aus bearbeiten. Werden auch mal hingehen und werden hier dann weitere Kacheln an dieser Stelle kaufen, damit wir das auch schon mal haben und uns das hier jetzt nicht irgendwie dann stört. Jetzt muss man hier vom Gelände auch nochmal kurz gucken. Muss man hier vielleicht durchgehen. Naja, es ist halt vom Gelände ist das sehr, sehr schwierig hier. Und da gehen wir dann mit den Gleisen nach oben. Ich muss erstmal gucken, ob ich das hier hinbekomme. Nicht, dass wir das gar nicht hinbekommen. Könnte das vielleicht aufhören mit dem Wasser? Geht das irgendwie weg? Jetzt ist es weg, ne? Hm, okay. Also, wir machen das so, dass wir hier mit dem Gleis das soweit einrichten. Und Wir gehen erstmal hier durch. Gehen hier in den Bogen rein. Und in diesen Bogen machen wir dann nochmal einen Bahnhof mit rein. Hier machen wir das so, dass wir hier nochmal ein Stück weiter gehen. Und uns hier dann anschließen. Ach, das sieht halt immer aus, ne? Das ist... Ich finde Gleise echt schwierig. Ah, Mann. Ich meine, das lässt viel zu, das Tool. Aber man merkt schon, wo die Grenzen dann sind. Ich hätte gerne hier so einen schönen Schwung gehabt. Warum wird mir das immer so verwehrt, dass ich hier... ...so was bauen könnte? Also, nicht verwehrt, dass es bauen könnte, sondern dass es halt auch irgendwie einigermaßen hübsch aussieht. Hier haben wir jetzt auch wieder das Gleis, was dann sich so ein bisschen auseinanderstülpt. Das ist halt... Naja, ich weiß es noch nicht. Müssen wir mal gucken, wie wir das vielleicht hinbekommen. Das ist ja eh unser Umfahrungskleis auf der Seite. Hier kommt der Bahnhof dann auf der Seite hin. Und wenn man jetzt hier bei der Luftverschmutzung mal schaut, wird man sehen, dass wir hier halt die Luftverschmutzung haben. Wenn wir hier allerdings an dieser Stelle einen Bahnhof machen, dann können wir den halt nochmal verknüpfen mit Wohngebieten. Das ist so ein bisschen mein Ziel. Deswegen mache ich das gerade so. Ja. Es wird halt hier nur kompliziert werden. An der Stelle, ich glaube, dann machen wir das hier nämlich weg. Machen hier Zwischenverbindungen rein. Lassen wir hier dann nochmal das Gleis hier. Ist halt an der Schräge jetzt zu arbeiten, ist halt nicht ganz so einfach. Könnte mit dem Gleis hier so in einem Schwung durchgehen. Jetzt hätten wir halt hier nochmal zwei Gleise. Da wäre jetzt halt die Überlegung, ob wir dieses Hauptgleis hier, das Umfahrungsgleis, vielleicht hier an dieser Stelle ans Außengleis anschließen. Und das vielleicht besser wäre, weil sonst kriegen wir hier wieder zu viele Gleise. So, das müsste hier auch so gehen. Da dürfte man nicht andocken. Dann hat man noch ein Gleis hier in der Mitte. Was man halt dann anschließen müsste, das wäre halt aber deutlich einfacher. Mal gucken, auf welcher Seite wir das machen. Ah, das sieht halt egal auf welcher Seite, das sieht halt nicht gut aus, ne? Hm, naja. Ich weiß eh noch nicht, wie ich das hier machen soll. Haben wir halt das direkt hier angeschlossen. Tatsächlich halt ist es bei den Doppelgleisen halt das größte Problem. Das muss man halt sagen, bei den anderen geht das dann. Bei den kleinen, aber ich möchte das nicht alles immer dann nur einspurig machen. Das ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Dann gehen wir hier mal weiter. Machen hier nochmal ein Fleckchen weg. Und hier kommt dann halt eine Straße am Ende des Tages hin. Jetzt haben wir hier halt die Schräge. Und jetzt würde ich das gerne so wie drüben machen mit so verschiedenen Etagen. Da hätte es eigentlich, wäre es gut gewesen, wenn wir diese Straße hier, äh, können wir nicht nochmal bauen, wenn wir da ein Mauerteil gehabt hätten. Wir können mal gucken, ob wir das trotzdem setzen können. Ja gut, bei den Notes wird er dann aber diesen Einschnitt machen, wie wir ja schon zuvor an anderen Stellen gesehen haben. In dem Fall müssen wir eigentlich hier nochmal ein Stückchen zurückgehen. Da wird es langsam knapp mit dem Wasser. Ich verstehe auch nicht, warum hier die Wasserquellen hier unten oder warum das Wasser hier so extrem ist. Ähm, wir müssen hier so eine Zwischenetage machen. Jetzt müssen wir das erstmal so aufbauen, wie ich das haben möchte. Oje. Wir gucken mal, ob wir das so erhalten können. Dieses Sehen. Was habe ich denn jetzt hier gemacht? Hier bin ich auf einer ganz anderen Höhe jetzt. Machen wir kurz mal so. Na und hier will ich dann aber auch nicht so weit gehen. Ich will hier so eine Zwischenetage machen. Die ist aber auch sehr, sehr klein. Die ist auch sehr, sehr klein. Wenn ich jetzt hingehe und hier ein Stückchen weiter nach vorne gehe. Und dann versuche, hier ohne den Snap, so ein Mauerteil aufzubauen. Das macht er mir doch wieder nicht so richtig. Da macht er mir doch dieses Wellenbad wieder rein. Das dachte ich mir. Obwohl. Das geht sogar. Das geht sogar. Wir gehen hier nochmal ein Stückchen nach vorne. Gehen wir hier nämlich entlang. Wir hätten hier jetzt so ein Mauerteil auf die Beine gestellt. Wo wir dann natürlich auch hier zwischendrin einfach das anschließen könnten. Jetzt müssen wir halt das Mauerteil hier nochmal ein bisschen aufhübschen. So, dass es halt passt. Hm, das ist zu hoch. Jetzt geht das los, wenn wir hier gucken. Genau diese Höhe hätte ich ganz gerne. Nur ohne das hier. So. Machen wir das erstmal grob so. Wir ziehen hier nochmal eine Mauer durch. Und jetzt merkt man langsam, dass es halt hier doch schon sehr, sehr knapp wird. Wenn wir hier nämlich dann Wohnungen hinbauen. Das könnte noch passen. Wir müssen nur gucken, wie wir hier den Weg nach oben bauen. Wir hätten jetzt hier aber so ein Mauerstück. Was ja auch ganz gut aussieht. Aber man sieht trotzdem, dass hier hinten, vom Gelände her, das trotzdem nochmal eine ganz andere Höhe ist. Das ist Wahnsinn. Das ist steiler, als es auf der anderen Seite ist. Viel, viel steiler. Das macht es natürlich dahergehend nicht unbedingt einfacher. Könnte hier so eine Zwischenetage machen. Jetzt ist halt die Frage, was mache ich da mit dieser Kante? Und da wird es jetzt dann auch langsam etwas komplizierter. Ich will ja nicht so eine Riesenmauer hinmachen. Oh, ist aber sehr wellig hier an dieser Stelle. Ich will ja hier nicht so eine Mauer hinmachen. So eine riesengroße. Deswegen müssen wir mal gucken, wie wir hier dann eben vorgehen. So dass wir diese Seen dann auch, diese Seen, die machen das größte Problem. Die Seen machen das größte Problem. Und ich sehe glaube ich hier auch nicht die Quellen, wenn mich nicht alles täuscht. Wo sehe ich die? Nochmal die Quellen. Das ist hier. Doch, die sehe ich. Die könnte ich wegmachen. Das ist natürlich jetzt eine Option. Dann hätten wir diesen Zwang hier nicht. Wenn ich das hier wegmache, dann lassen wir das mal austrocknen. Auch das hier. Dann lassen wir das mal austrocknen. Ich glaube, dann haben wir uns den Zwang mal raus. Hier lassen wir die Seen natürlich. Aber die machen wir raus. Jetzt müssten die eigentlich normalerweise Stück für Stück dann austrocknen. Wir gucken mal, ob das funktioniert. Aber es sollte eigentlich. Das werden wir dann sehen. Aber ich glaube, das ist ein guter Schritt. Da können wir nämlich hier, haben wir einfach mehr Platz. Und haben die Möglichkeit dann, hier auf jeden Fall etwas besser die Bereiche zu bearbeiten. So, jetzt gehe ich hier nochmal ein Stück weiter. Und würde dann gerne hier Wir müssen ja irgendwie nach oben kommen, ne? Wir müssen irgendwie nach oben kommen. Das machen wir hier rüber. Und über die andere Seite machen wir das auch noch. Das machen wir hier. Das war hier ein Stück nach oben gehen. Da muss man jetzt natürlich gucken, dass wir auch wieder mit diesen Mauerteilen natürlich etwas am Arbeiten sind. Muss er dann selbstständig hier hin machen. Dann haben wir hier einen sauberen Abschluss. Wir sind hier oben. Das sieht irgendwie stark wie in einem Knick aus. Wir gucken mal, wie das aussieht, wenn ich das auf eine Höhe mache. Dann sieht das vielleicht nochmal anders aus. Dann haben wir hier so einen sauberen Abschluss. Obwohl man auch sagen muss, hier geht es ja dann Oh, hier geht es richtig nach oben, ne? Das sieht halt dann auch wieder nicht so toll aus. Jetzt haben wir hier so ein Mauerteil, wo hier durchgeht. Was ja auch ganz cool ist. Hier haben wir dann die Verbindung. Und auch hier nach drüben würde ich dann gerne hingehen. Das wird jetzt ein bisschen schwierig. Und zwar würde ich gerne hier dann auch mit dem Mauerteil hier bleiben wollen. Hier nochmal ein Stück mit dem Mauerteil nach vorne geht. Und wichtig, dann hier eben mit einem Mauerteil dann nach oben wandern. Jetzt muss ich gucken, wie ich das hinbekomme. dass das funktioniert. Ungefähr so vielleicht. Wenn das über das Tool gehen würde, wäre das viel, viel einfacher. Okay, dann haben wir hier aber auch das Mauerteil hinbekommen. Weil wir müssen halt jetzt immer gucken, dass das Mauerteil an sich, diese Wand, hier, dass wir die selbst erstellen. Das ist das, was halt, es muss halt schon an der Straße dann dran sein. Sonst geht das nicht. Okay. Hier sind wir dann höher. Eine Sache, wo wir dann gucken müssen, wie wir das hier machen. Jetzt habe ich hier wieder Wasser. Mann. Trocknet aus. Ist das denn auch wirklich ausgetrocknet oder kommt das irgendwann wieder? Ich habe Sorge. Naja. Wir machen das so, dass wir hier dann eben auch gerade von der Stelle aus hier so reingehen. dann können wir das Teil nochmal bauen. Da sind wir ja oben. Das ist echt, das ist eine große Friemelei hier immer. Dann haben wir hier aber schon mal zwei Aufgänge nach oben. Ja, okay. Also es wird mit diesen Etagen, die ich dir hier vorhabe, nur dass wir hier echt viel, viel mehr Probleme damit haben, weil das halt doch schon von der Höhe her, glaube ich, einiges höher ist als auf der anderen Seite. Ich sehe hier noch Wasser an dieser Stelle. Das ist nochmal ein ganz kleines Mühwasser. Das wir im Keim ersticken müssen. Wasser muss weg. So. Bevor sich das noch weiter ausbreitet. Ich habe Angst vor Wasser, man merkt das. Also hier in City Skylines. Aber ich glaube, das rührt nur vom ersten Teil her. Das war da doch schon interessante Erlebnisse. Jetzt würde ich gerne mal schauen, wie wir das hier hinbekommen. Also ich würde hier gerne mit so einer Straße vielleicht hier einmal rüber gehen. Ich will halt hier so Reihenhäuser, würde ich ganz gerne machen. Das bin ich halt gerade um überlegen, wie ich das hinbekomme, dass wir hier so mit den Reihenhäusern arbeiten. Wir könnten einerseits hier vorne mit der Straße arbeiten. Das erste Mal gucken, wie wir das so leicht hinbekommen. Dass wir hier dann ordentlich Reihenhäuser auch hinbauen können. Guck gerade mal. Das wird halt auch wieder nichts. Das ist nochmal ein Stück weiter. Hier natürlich. Das wird wieder kritisch hier. Wenn ich jetzt hier Reihenhäuser hinsetze, dann wird hier natürlich an den Stellen das Gelände wahrscheinlich wieder hier machen, was es möchte. Wird dann halt diese Mauer wieder einreißen. Das kann natürlich passieren. Da können wir, glaube ich, nicht unbedingt, das kriegen wir nicht verhindert. So. Jetzt könnte man hier natürlich auch gucken, ob man nochmal ein Stückchen weiter nach hinten geht. Diese Etage etwas größer noch macht. Immer wichtig zu sehen, dass das Wasser hier verschwindet. Dass das aber auch nicht einfach so verschwinden kann, wenn die Quelle weg ist. Sondern, dass es auch immer wieder auftaucht, wenn man das Gelände hier bearbeitet, ist auch sehr, sehr interessant. Ja, machen wir das hier auf die Weise und gehen hier nochmal ein Stückchen weiter. gehen hier dann rein. Machen das auf die Weise. Und hier können wir dann halt überall so Verbindungen dann auch nach oben zu es dann machen. Ich würde gerne hier einmal nach vorne verbinden. Und würde dann hier den Bereich dazu nutzen. Und uns hier nach vorne verbinden. Kriegen wir hier etwas Muster mit rein. Das passt dann. Hier mache ich das auch nochmal so, dass wir hier nach vorne gehen. Wird mit den Reihenhäusern trotzdem schwierig. Wenn wir das hier so ein bisschen aufsplitten. Wie könnte das denn aussehen? Werden die ein bisschen kleiner. Ja, genau. Und die machen wir hier nach vorne halt als Anschluss. Diese Ecke. Dann kriegen wir hier auf jeden Fall hier oben auch nochmal Wohngebiete mit dazu. Und das auch in Form dieser Reihenhäuser. Hier haben wir dann die niedrige Dichte. Und hier machen wir dann halt wirklich arbeiten wir hier mit, oder? Könnte man eigentlich machen. Wird sich hier halt anbieten. Hier machen wir das extra mal nur so weit. Hier so weit. Lass mal nicht zu nah hier an diese Mauer gehen, aber es wird trotzdem nicht gehen, weil die schütten auf, wie man hier schon gesehen hat. Da müssen wir mal gucken, ob diese Mauer so bleibt oder ob die jetzt durch die Gebäude sich ändern wird. Ja. Wir machen das auch so, dass wir hier Reihenhäuser draus machen. Hier lass ich mal frei. Wir machen auch hier Reihenhäuser draus. Und auch hier, gerade weil die so ein bisschen anders angeordnet sind. Obwohl, da könnte man auch nochmal gucken. Ach, das ist so rum angeordnet. Okay, dann können wir das auch nochmal mit reinnehmen. Nehmen das hier auch in einem komplett mit rein. Da ändert sich auch wieder irgendwie das Raster. Gut, das ist das eine, das betrifft uns nicht. Dann bauen sich hier nämlich mal die Gebiete ein bisschen auf. Und hier könnte man dann mit dem Gewerbegebiet vielleicht schauen. Das ist mal hier natürlich an der Stelle. Hm, ja. Sechsbreit geht halt wieder nicht, ne? Es werden halt hier auch teilweise dann zwei Stück. Hier lass ich dann frei. Und ich weiß nicht, ob ich das hier überhaupt machen möchte. Hier vorne macht das mehr Sinn. Aber hier hinten finde ich, macht das wenig Sinn. Weil das ja hier in so einer Sackgasse drin hängt. Was haben wir hier dann? Gucken wir mal, wie das hier aussehen könnte. Und das lassen wir frei. Okay, dann haben wir hier die Etage. Es geht ja schon mal in eine gute Richtung. Langsam, aber es geht in eine gute Richtung. Jetzt würde ich gerne hier an der Stelle nochmal ein Stückchen weiter hier das Gelände bearbeiten. Ah, nee. Hilfe. Trockne aus. Ah. Jetzt muss ich hier wie gesagt gucken, wie wir das machen. Gerade mit der Schräge hier. Da habe ich ein bisschen geschlafen. Aber das ist, wie man hier sieht, dann schnell dann wieder weg. Ich würde nämlich ganz gerne hier mit dieser Straße. Jetzt bin ich am überlegen. Ich würde hier gerade weitergehen. Ich hätte hier eigentlich so gerne ein Mauerstück gemacht. Hier im Insgesamten. Das wird aber hier vom Gelände wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, weil hier schon die Schräge beginnt. Wie man hier sieht. Boah, nee. Das geht dann doch nicht. Okay, das weiß ich nicht, wie ich das machen soll. Auf jeden Fall soll das ja hier Richtung Stadt dann gehen. Langsam, aber sicher. Hm. Und wir machen hier eine Straße durch. Jetzt überlege ich gerade, ob ich auch wieder mit so einem Mauerteil wie hier arbeiten möchte. Ich meine, drüben haben wir das ja gemacht. Wenn man hier mal rüberschaut, da haben wir ja hier so mit dem Mauerteil gearbeitet und hier auch wieder so ein bisschen. Ah, nee, das haben wir aufgeschüttet. Das wäre halt auch die andere Idee, was das natürlich ein bisschen einfacher macht. Dann müssen wir da eine Straße bauen. Da werden jetzt halt für solche Bereiche werden so Kaimauern wieder großartig. Da brauchen wir nicht drüber reden. Da werden halt Kaimauern das einzig wahre, wo wir dann einfach keine Straße benötigen, sondern einfach ganz bequem hier dann nach oben bauen könnten, ohne da immer wieder hier die Straßen durchzuplanen. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das hier an diesen Stellen mache. Da müssen wir dann auch nochmal einen Schwung an Kacheln kaufen. Ich sage, ich bin da echt, am Ende schalten wir eh alles frei dann. Das machen wir dann in einem Schwung. Für die Leute, die das nicht wissen, dann kann ich das auch in der Mod dann zeigen, wie das funktioniert. kriegen wir hier nämlich das Stück weg. Die anderen Szenen hier lasse ich natürlich. Also die entfernen wir natürlich nicht. Wir machen halt nur die, wo es uns so ein bisschen stören, machen wir halt weg. Genau. So, wir gehen hier nochmal ein Stückchen zurück. Und da wäre es jetzt halt an der Zeit, ob man da jetzt mit so einer Mauer, mit so einer Straße vielleicht irgendwie arbeitet. Wir müssen halt zum einen mit dieser Straße dann hier nach oben gehen und wahrscheinlich auch auf der Seite dann nach oben gehen. Hier ist es dann flacher. Hier kommen wir dann zu diesem Bahnhof, wo wir uns dann vorbauen. Es ist halt echt viel Planung momentan, aber ich habe da irgendwie Lust drauf. Mach mal weg. Ich muss mal kurz überlegen, wie ich das hier mit dem Gelände jetzt hier mache. Okay, wir machen das auf der einen Seite hier so, dass wir hier überlegt, ob ich die Straße hier nochmal ändern möchte. kommen wir erst mal über die andere Seite zur Not rein, ist gar kein Problem. Dass ich das so mache, dass wir hier von hier aus hier nach oben gehen. So. Dann machen wir das so, dass wir hier jetzt die Frage, wir lassen das glaube ich als kleine Straße sein. Wir gehen hier so durch. Machen jetzt hier natürlich die Verbindung so rein. Das wird hier nicht ganz so einfach. Das war falsch. Das war nicht richtig. Ich wollte hier so eine Schräge machen. Geht hier natürlich fleißig nach oben. können da ein bisschen gegenwirken an der Stelle. Und da möchte ich gerne hingehen und möchte hier an der Stelle dann hier mit arbeiten. Bisschen weit hier, ne? Ähm Und hier gehen wir dann. Wie sieht denn das hier vom Gelände aus? Sind wir hier schon oben? Hier sind wir oben. Größtenteils. Oh je. Oder auch nicht. Ich glaube das könnte am Ende des Tages richtig cool aussehen. Mal gucken. Man könnte das jetzt hier zum Beispiel das hier und das hier das war falsch der Seite könnte man hier natürlich dann vom Geländer soweit bearbeiten dass wir hier halt dieses Mauerstück haben. Arbeite da eh sehr sehr gerne mit irgendwo wenn so viele Straßen mich dann doch stören irgendwo dass man hier dann immer am Rand die Straße hat aber sonst muss ich sagen gefällt mir das eigentlich ganz gut machen das hier noch rein da können wir hier nochmal so durch gehen so hier einen sauberen Abschluss es ist halt ein sauberes Ende und hier können wir dann halt hier gehen wir so nach oben und hier haben wir dann halt das weitere Mauerteil wo wir dann hier natürlich ein Stückchen nach oben gehen ja und hier haben wir dann auch wieder diesen Höhenunterschied ich glaube höher als das würde ich aber auf jeden Fall nicht machen wollen gehen mal hin und bauen hier natürlich dann erstmal das Gelände weiter machen dann die Straße ziehen wir durch muss das erstmal ein bisschen größer machen weil das erstmal egal wie es ist so dann haben wir hier noch eine weitere Etage vor uns dann machen wir hier noch mal eine weitere sag ja hier ist es höher da ist das echt schwierig ich würde jetzt gerne hier mit dieser Straße hier natürlich erstmal nochmal ein Stückchen durch und dann machen wir das Mauerstück halt dahin da müssen wir jetzt halt wieder komplett dran gehen es geht halt nicht anders so irgendwie zu weit bleiben wir hier doch so ein bisschen dran wir könnten halt hier das Mauerteil dann durchsetzen haben wir jetzt halt hier immer diese Knicke da können wir aber Straßen weg laufen lassen das würde schon gehen müssen jetzt nur auf der linken Seite halt schauen wie wir das dann nochmal richtig verbinden da muss es ja nochmal nach oben gehen das ist nicht ganz so einfach hier hier noch ein Stückchen weiter jetzt überleg mal wir müssten das ohne die Mod wo wir das so ein bisschen erzwingen können mit diesen Mauerstücken bauen dann wäre das zum ersten nicht so eben also nicht so direkt also es wird deutlich länger dauern dann haben wir hier auf jeden Fall eine Etage die sauber ist die zweite die wird dann noch und hier müssen wir jetzt natürlich auch schauen dass wir von hier aus dann eben nach oben gehen dann machen wir erstmal das so dass wir hier so ein Stückchen weiter nach hinten gehen dass wir einfach ein bisschen Platz auch erstmal haben und werden dann hier an der Stelle dann von hier aus auch hier so nach oben gehen hier geht es dann weiter so dann haben wir jetzt das gleiche Problem wieder dass wir gucken müssen dass hier natürlich eine Mauer entsteht das nicht ganz so einfach sein wird da müssen mal wieder von oben nach unten bauen gehe ich von aus dass hier so ein Mauerteil entsteht doch nicht so komisch toll hier hier macht er das dann nämlich nicht immer das ärgerliche hier dran will will ich das überhaupt wenn ich jetzt hier ein Mauerteil hin macht das bringt mich gar nicht weiter bringt mich gar nicht weiter das ist es das ist hier relativ egal das machen wir einfach mal nicht gehen hier nochmal ein Stückchen weiter weg jetzt ist die Frage wie machen wir hier natürlich den Abschluss das ist es halt immer wir können das mit der inneren Straße dann machen etwa hier die schräge hätte ich hier dann das Mauerteil wir gehen hier nochmal ein Stückchen rückwärts geht das kann ich nicht anschließen nur ein Stück hier weg machen dann können wir das ja erstmal nochmal so aufschütten und was ist wenn wir jetzt hier so einen Bogen mit rein nehmen das vielleicht auf diese Weise hier dann anschließen hätten hier dann die Möglichkeit hier vielleicht ein 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 sauberes Ende zu machen hier durch und hier machen wir das dann so dass wir wahrscheinlich von hier nach hier das so ein bisschen bearbeiten machen wir das hier haben wir hier auch ein 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 sauberes Ende da wären wir hier oben schon ok Etage für Etage dann würde ich hier ganz gerne vielleicht einfach direkt eine Straße dran setzen die hier so entlang geht ich habe ganz früher mal im ersten Teil noch haben auch so was gebaut gehabt so in der Art in also in City Skylines 1 im Twitch Projekt diese Wüstenstadt da haben auch so Etagen gebaut da sollte das auch so künstlich angelegt aussehen da hat wir ja die Kaimauern da ging das einigermaßen gut weiß ich noch das sah auch richtig gut aus deswegen probiere ich gerade vielleicht hier auch in diese Richtung nochmal auch sowas zu machen ich weiß noch nicht ob dann die mittlere Dichte hier in einem kompletten Satz so gut aussieht oder ob wir hier dann auch mit der niedrigen Dichte vielleicht ein bisschen mit rein mischen sollten das nicht unbedingt was dran ändern was ein bisschen schade können hier so durch gehen hätte ich hier dann die Möglichkeit kann man das so nach oben bauen geht das plus sechs also plus fünf oder so ist kann man das dann so lassen sieht das gut aus ist das eine einigermaßen angenehme Schräge würde ich schon sagen ja eine einigermaßen angenehme Schräge und dann machen wir das so dass wir hier natürlich zwischendurch auch nochmal ein bisschen anschließen wir hätten hier dann auch nochmal so eine Etage jetzt ist halt nur die Frage wie gesagt wie wir das machen ob wir hier mit der niedrigen Dichte arbeiten um das einfach ein bisschen zu wir gucken mal dass wir hier etwas Gewerbe aufbauen das müsste es gibt auch wieder zwei schade haben die auf jeden Fall Einkaufsmöglichkeiten das ist schon mal nicht schlecht und hier auf der anderen Seite würde ich dann wahrscheinlich mit der niedrigen Dichte das wirklich aufbauen das ist ja dann auch sehr dicht beieinander und dann können wir hier dann haben wir diesen Mix zwischen der mittleren und der niedrigen Dichte sieht glaube ich gar nicht so schlecht aus das können wir hier oben mit der Versorgung natürlich noch mal schauen obwohl das wir haben unten das glaube ich so weit gebaut gucke ich gleich nochmal aber da müsste Polizeifeuer wäre alles schon sein vielleicht fehlt irgendwo ein bisschen was das könnte man hier oben immer noch mit rein kriegen aber wir machen das jetzt erstmal so hier machen wir nochmal Gewerbe hin das wäre so gut wenn wir da halt einfach in der Breite von sechs immer die Sachen bauen könnten dann soll das hier erstmal soweit dann auch alles bebaut sein und dann kommt ganz oben ja nochmal eine Etage hin die schaffen wir aber glaube ich heute nicht mehr vom zeitlichen her das könnte etwas schwierig werden also ich würde gerne auch nochmal hier die Bereiche begrünen und auch die Bäume an sich wachsen lassen damit es halt hier einfach auch abgeschlossen ist gut hier machen wir das so da vorne machen wir dann nichts so das ist ja hier nicht so eine große fläche muss man nicht so viel bebauen geht dann ziemlich flink auf jeden Fall dann haben wir hier oben schon mal die Etage gut dann haben wir hier den Anfang hier haben wir den Bahnhof mit eingeplant das könnte sehr gut werden dass man hier natürlich die leute auch hier runter befördern dass man halt natürlich auch ein paar Bahnhöfe hat jetzt kommt halt der ganze Einzugsverkehr lasst uns mal gucken wie sich das entwickelt wir müssen den Bereich hier oben auch gut hier unten anschließen das reicht jetzt natürlich über diese Verbindung die wir hier gebaut haben nicht aber das wird dann so Stück für Stück haben wir hier so diese Etage die gar nicht so schlecht aussieht ich können nochmal versuchen hier nochmal ein Stückchen zu bauen ich hätte das halt gerne hier diese Etagen arbeiten hätte ich ein bisschen abgeschlossen ganz gerne ich muss nur gucken wie ich das hier an dieser Stelle dann so weit abschließen möchte ob ich dann auch nochmal so eine Straße mit Mauer hier oben mache oder ob ich das hier unten wie also mit dieser Wand mache das müsste ich mir gerade nochmal durch den Kopf gehen lassen ich glaube ich mache das nochmal mit so einem Mauerteil hier am Ende da würde ich diese Straße hier nochmal weg machen jetzt wird es jetzt halt schwierig wieder wir müssen hier dann so dran ein bisschen dicht vielleicht müssen dann das erstmal so aufbauen gehen hier in den Knick gehen hier dann so rüber dann schließen mal hier mit der Straße dann an am Ende des Tages jetzt noch hier mal gucken das ist immer so schwierig Mauerteil ist da hier müssen wir nochmal ein Stück nach vorne gehen ich weiß auch nicht warum das so funktioniert aber mit dem Tool dann an sich nicht das sieht halt das wirklich das ist der Nachteil wenn man das halt so macht sieht man das wieder wie wellig das einfach ist das ist halt das schwierige an dieser ganzen Geschichte wir haben hier unten drunter ist zwar alles gerade aber da nimmt halt irgendwo diese diese obere Kante glaube ich dafür wir müssen das in einem durchziehen und hoffen dass ein Mauerteil entsteht ich glaube so ist es besser wo glaube ich auch hier Wellen entstehen aber ich glaube so in einem Schwung sind wir da besser dran wenn wir das probieren und jetzt wird es hier natürlich ein bisschen kompliziert ich würde hier an der Stelle der Straße hier weiter nach oben gehen und würde ich hier dann der Stelle eine kleine Schräge machen wollen jetzt können wir hier natürlich an der Stelle gucken ob wir dann einfach einmal im Schwung rüber gehen und haben hier auch das Mauerteil okay das passt dann haben wir hier auf jeden Fall die Mauer die können wir dann hier auch jetzt erstmal noch mal ein bisschen aufhübschen und soweit richtig machen wir sind nämlich auf einer Höhe genau und hier machen wir das dann so dass wir hier wahrscheinlich von hier irgendwie nach hier dann so nach oben gehen so kommen dann halt diese kleinigkeiten diese unschönen ecken die bauen wir dann so weit aus hier haben wir das gleiche problem da muss ich dann auch gucken wie wir das halt machen das das es halt würde auch hier tatsächlich hingehen und würde das glaube ich so starten lassen ja dann können wir das erstmal nämlich so lassen haben hier dann nochmal dieses Mauerstück und haben hier dann einen einigermaßen guten Abschluss die Sache ist wie wir das hier natürlich dann machen das weiß ich noch nicht also an den Stellen wie das dann weiter geht aber wir hätten hier halt nochmal eine weitere Etage was vielleicht ganz gut ist hier hier müssen wir dann mit dem Gelände Tool nochmal diese Welle hier rausnehmen und das ist ja ein kleines Problem das sind ja nicht so diese großen Höhen Unterschiede hier schüttet er allerdings doch etwas weiter auf wegen dieser Mauer glaube ich ein bisschen vorsichtig sein und hätten jetzt hier natürlich einmal da die Straße einmal dort die Straße und haben jetzt da natürlich durch die Möglichkeit können mal so weit die Ecken wieder miteinander verbinden können gucken was wir hier dann für Gebiete eben oben aufbauen machen das auf die Weise das ist ja dann hier kein großes Hexenwerk machen das hier so und hier an der Stelle würde ich auch nochmal so durch gehen da könnte man da wieder mit der mittleren Dichte arbeiten teilweise müssen wir mal gucken ob wir da wieder hier mit zum Beispiel ein bisschen aufbauen das ist auch unterschiedlich angeordnet das gefällt mir hier und hier machen wir das auch so und den Rest machen wir wieder mit der niedrigen Dichte hier das mal Teile auch noch frei muss natürlich mit den Parks auch schauen hier immer mal wieder auch Parks mit rein bekommen das wäre hier auf jeden Fall eine gute Sache Ab Ewigkeiten kein Hundepark mehr gebaut fällt mir auf Schande über mich passt hier leider auch nicht das ist schade na gut können wir hier vorne mal hin machen hätten hier natürlich auch nochmal die Möglichkeit was hin zu bauen der ist so klein auf jeden Fall müssen wir hier auch mal den großen Spielplatz wieder mit rein bringen der gute hier hin und lassen mal die Leute ein wenig Basketball spielen es ist halt von der Verteilung her es ist halt gibt nicht so die prickelnde Auswahl das ist ganz klar hier vorne würde ich dann vielleicht Gewerbe hinbauen da haben wir direkt wieder zwei Stück frech hier machen wir nochmal Gewerbe hin hier und auch hier oben glaube ich machen wir Gewerbe hin das so besser ja dann können wir hier mit der niedrigen Dichte das nochmal hier so weit aufbauen lassen dann haben wir das auch auf der Seite ein bisschen gemischt jetzt muss ich hier natürlich an der Stelle da wird es jetzt ein bisschen kuschelig auch gerade mit dem Gelände ein bisschen vorsichtig Abstand halten weil das da nämlich sich alles an der Schräge befindet so und hier wird es natürlich auch hier habe ich jetzt mit dem Raster mal nichts geändert ich wollte das jetzt einfach auch mal hier dann so ein bisschen anders anordnen so dann haben wir hier die Etagen so weit schon mal so vorbereitet wie das wahrscheinlich dann auch hier links weitergehen soll das können wir natürlich hier ein bisschen variieren aber an der Stelle glaube ich ist das schon mal so eine gute Sache und hier müssen wir halt dann auch schauen was wir dann daraus machen aber ich finde tatsächlich das sieht doch schon mal erstmal vom Gelände her gar nicht so verkehrt aus jetzt würde ich gerne nochmal hingehen und würde hier an den Stellen dann so weit das Ganze nochmal begrünen und das lassen wir mal frei weil wir da vielleicht Versorgung ein bisschen reinbauen könnten ja da müssen mal gucken dass die halt natürlich auch dann die ganzen Dienstleistungen haben das sieht halt schon echt cool aus bin jetzt zwar schon über eine Stunde hier dran an dem ganzen aber ich hoffe ich kriege das einigermaßen zusammengeschnitten damit das halt natürlich ein bisschen kürzer ist aber das ist Wahnsinn also hier gerade durch diese Begrünung mit diesen Etagen das sieht schon echt gut aus das gefällt mir richtig jetzt würde ich gerne die Bäume allgemein hier nochmal wachsen lassen dass die soweit alle da sind dann haben wir die volle Pracht so grün ist es dann hier im insgesamten es ist jetzt halt nur so ein kleiner Bereich das wird sich halt ausweiten dann nochmal Richtung Bahnhof und auch Richtung in diese Richtung Richtung in diese Richtung ist auch gut hier haben wir die ganzen Seen wieder da müssen wir mal gucken da haben wir ein bisschen mehr Spielraum dass man den See vielleicht noch weg macht oder versucht ihn zu erhalten das muss mal gucken ob wir das hinkriegen weiß noch nicht wie ich hier dann weiter verfahren möchte ich würde hier gerne noch mal ein bisschen weiter bauen das heißt der See müsste eigentlich auch weg wir haben ja eh so viele Seen hier also von dem her den einen oder anderen zu entfernen das ist einfach hier ein bisschen zu knapp austrocknet oder ob wir das dann gleich wieder machen wir machen auf jeden Fall mal die Quelle an sich weg dann passt das hier ziehen die ganzen Leute gerade noch ein ja da merkt man das oh Gott ja da leiden jetzt natürlich auch die drunter die kommen hier einfach nicht mehr raus er will hier nämlich links die wollen alle hier links hier trifft das alles alles aufeinander mal gucken ob sich das hier mit dem Güterbahnhof einigermaßen ins positive entwickelt wenn die dann so weit hier alles wir müssen hier dann mit den Abbiegern auch nochmal gucken das heißt wir werden die Landstraße nochmal umarbeiten damit natürlich hier die Leute sich auch besser verteilen können das machen wir dann einfach Stück für Stück so Step by Step aber das sieht halt schon mal glaube ich ganz gut aus ist glaube ich ein ganz guter Start auch und passt auch zu diesem Bereich den wir hier unten gebaut haben natürlich wie gesagt links und rechts jetzt fehlt halt noch viel aber ich glaube wenn wir da weiter bauen dann könnte das schon sehr interessant werden ja jetzt kriegen wir erstmal wieder einen Schwung an Einwohnern dazu dann gucken wir mal was wir eben da beim nächsten Mal machen vielleicht bauen wir da wieder ein bisschen Industrie hier ist ein Haus was wieder die ganze Zeit abbaut was wieder irgendwie nicht richtig funktioniert machen wir das mal weg das ist wieder ein Kästchen was sich hier baut das ist immer sehr nervig ja aber sonst glaube ich ist das eine ganz ganz schicke Ecke oder könnte auf jeden Fall eine sehr schicke Ecke werden guti liebe Leute dann haben wir das für heute geschafft dann sind wir ja ein bisschen vorangekommen haben Gott sei Dank das mit dem Gelände einigermaßen gut gemeistert bekommen auch wenn wir die Seen nicht erhalten konnten oder wir hätten es vielleicht irgendwie geschafft aber das hätte dann vielleicht nicht ganz so cool ausgesehen deswegen ist es gar nicht so schlecht dass wir da einfach die Quellen entfernt haben und dass wir dann eben hier mit ein bisschen mehr Raum hier die Bereiche dann so ein bisschen ausgeschmückt haben und so die Etagen dann hochbauen ich glaube das könnte ganz cool werden vor allem auch mit dem zweiten Bahnhof damit dann auch eine Zuglinie dahin und her fahren kann dass wir den dann verbinden und dort vielleicht auch in der Gegend von dem Bahnhof auch vielleicht ein bisschen Industrie dann irgendwo aufbauen für Arbeitsplätze das wäre vielleicht auch nicht schlecht weil ich glaube die Arbeitslosigkeit die steigt wieder ganz tolle weil wir ja doch ein paar Einwohner auch dazu bekommen und ja dann wird mal gucken wie gesagt was wir beim nächsten Mal dann so schönes anstellen werden ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen ich hoffe ihr hattet Spaß bei der heutigen Folge es wäre sehr lieb von euch wenn ihr natürlich hier eine Bewertung da lassen würde für dieses Video und ihr könnt natürlich auch gerne wenn ihr nichts mehr verpassen möchtet hier von meinen CitySky 9 2 Videos den Kanal kostenlos abonnieren und in dem Sinne ich wünsche euch was macht es gut bis zum nächsten Mal haut rein und ciao bis zum nächsten Mal Familie